Musik Einen Zeiger suchen Sie bei der Kegeluhr vergebens. Orbit, so heißt die Kegeluhr, wurde 2011 mit dem Interior Innovation Award ausgezeichnet. Die Kegeluhr dreht sich langsam, aber kontinuierlich um 360 Grad im Kreis. Die unten liegende Edelstahlkugel zeigt dabei die Uhrzeit an. Weitere Informationen finden Sie unter der eingeblendeten Internetadresse. Diese Sendung widmete Ihnen Energie Burgenland. Musik Musik Musik